Super Docs, Herr Batgati? Ja. Super, ich melde mich ganz kurz zurück wegen dem Interesse an unserer Tiernahrung. Haben Sie noch Hund oder Katze? Äh, beiden, beiden, wir haben. Beide, Hund und Katze? Ja, ja. Oh, wow, sehr schön. Ja. Und was bekommen die zu essen? Äh, wir haben so, ähm, ich weiß nicht, wie heißt das, ähm. Aber aus Dose oder aus dem Sack? Beiden, beiden. Oh, wow, okay, das hört man ganz selten, sehr schön. Na, warum denn? Na, ähm, Sie hatten sich bei uns eingetragen wegen der Probe. Ne, warum, man das selten hört. Ja, also, äh, na, das ist halt, beim Hund wird viel gerne nur Trockennahrung gefüttert, bei der Katze im Gegenteil nur Fäust, ne, manchmal. Also, okay. Deswegen freue ich mich da drüber, ne, ist sehr schön. Oh, sehr gut, weil immer das, äh, wenn wir das Hundfütterung machen, das Katze, äh, das Futter stellen und wenn wir das Katzefütter und das Hund, das Katzefutter stellen und das immer Diebstahl machen. Okay. Ja. Das ist, das, das kommt vor, wenn man alle beide Tiere hat, na, dann muss man damit rechnen. Ja, und das sind ja so viele, das kann man ja gar nicht aufhalten. Ja, ja, okay. Äh, was, was heißt so viele? Sind das mehrere Katzen und Hunde, oder? Ja, das sind immer zu uns kommen, weil ich hab so eine, eines Nachbarn, der wollte mir, äh, Streich machen. Streich, ja. Und der hat das, äh, Katzenminzen bei meinem Garten reinlegen. Und dann ist das ganze Katze kommen. Weißt, wo hat der das, äh, hinterher das überall hinlegen. Ja. Und dann das ganze Katze von Stadt kommen. Und jetzt hab ich das Katzen. Ach, nein. Ja, das sind, das sind nicht alle bleiben, aber viele bleiben, weil das sehr gut hier. Ja, auch dann, das glaube ich, das glaube ich. Ach, das ist ja goldig. Ja, das wäre schon, wir haben schon keinen Namen mehr, wir jetzt nur mal nennen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann gehen ja auch die Namen aus, ne? Ja, wir haben jetzt, äh, angefangen, das wie Politik zu nennen, weil das kann man sich von Verhalten gut merken. Okay. Herrlich. Ja. Ja, das ist das, das Katze, das immer das andere, äh, weg, wegschlagen, das heißt der Merkel. Ah, okay. Ja, und das, das Katze, was das, äh, immer Futter stellen, das ist Kim Jong-un, das ist von Nordkorea. Okay. Ja. Okay. Und das, und wir haben so ein fettes Kater, das immer, äh, versucht, das, äh, das Hund weg, wegscheuchen zu machen. Und das ist, das ist Mr. Trump, weil der will, der will nur mit Katzen reden. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Nicht mit anderen Rassen, eine Cooperation machen. Ja, genau. Oh mein Gott. Das ist sehr viel Spaß, Unterhaltung. Ach, das ist ja alles. Ich hab's dann überlegen, wir haben so ein, äh, so Schuppen, so, äh, wie, so fast wie Stalin. Ja. Und das ist eben, dass wir da so Webcam reinmachen, das können das Leute zugucken. Ja, cool, gute Idee. Ja, ich warte noch auf das Andrew von das Internetmännchen und dann können wir das Umsetzung machen. Das ist ja cool. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Na, dann machen sie wenigstens was aus ihrer Situation, ne, das ist auch gut. Ja, was sollen wir sonst machen, weil die Katze nicht gut schmecken, das kann man nicht schlackten, dann muss man das, äh, füttern machen. Ja, ja. Und das ist auch sehr gut, weil wir haben so indische Bergzieken und das auch sehr gut damit leben. Okay, okay, auch noch. Oh je. Ja, okay. Das ist so wunderbar. Herrlich, herrlich. Ja. Na, vielleicht darf ich ihnen was Gutes tun für die Katzen vielleicht. Ja, möchten sie, sie können sich aussuchen, ob sie Merkel, Putin, Schröder oder Kim Jong-un aufnehmen möchten. Ne, ich möchte niemanden aufnehmen. Oh mein Gott. Ich möchte dich mit Nahrung verwöhnen. Ich habe selber Hund und Katze. Ja, können sie, weil, wie viel haben sie? Na, nur eins. Also ein Hund, eine Katze. Ja, dann muss es das, äh, man muss doch eine geregte Teilung machen. Dann können sie, äh, 16 Katzen haben und dann haben wir beide 17 Katzen. Oh, nee. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Da würde ich, glaube ich, durchdrehen. Ah, das ist, das ist so schön. Da musst du keine Teppik mehr kaufen. Das ist überall Harren. Oh mein Gott. Ah, ich liebe das Tier, ich liebe das. Ich merke schon, ich merke schon. Oh mein Gott. Lachflash. Haben Sie Lachflash bekommen? Ja, schon gekommen. Ist alles in Ordnung. Man muss ja auch mal lachen bei den Lebern. Ja, das stimmt. Das ist so schlimm. Alles. Oh Gott. Haben Sie vielleicht, äh, sind Sie Experten mit Tieren? Äh, ja, also für Futter, ja. Ja, was, äh, was kann man das machen? Weil das Katzen, das immer Tscheche mitbringen, auch wenn wir so Mittel kaufen. Okay. Naja, da, da gibt's halt so Tropfen bei uns, ne, die macht man aufs Fell, ne. Ja. Also ohne, dass man immer zum Tierarzt gehen muss. Das, das gibt's schon. Da kann man auch ganz viel über das Futter machen, ne. Bei Futter? Ja, da muss man nix Teures kaufen, ne. Okay. Zum Beispiel, wenn man, äh, jetzt sagt, man nimmt ein Trockenfutter, ähm, was hochwertig ist und macht dann noch ein bisschen Kokosöl obendrauf, ne, kennt sie bestimmt Kokosöl. Kokos, ja. Ja, äh, und dann machen sie einfach Kokosöl drauf, das hilft auch schon. Und dann kann ich... Aufs Essen machen. Dann essen die das, ne, und die, und die Zecken, die mögen das nicht, also die mögen den Geruch nicht, den die dann von innen aufnehmen, das Kokos, das, das kommt ja über die Haut, schwitzen die ja dann wieder raus, ne, und das mögen die überhaupt nicht. Also ich hab das, äh, bei, bei Dossen, wenn wir so, so Cocktail machen, soll man das, soll man das Katze dann da ein, äh, wie sagt man, bei Deutschland ein, äh, eine Einreibung machen? Ne, also nicht mit dem Futter einreiben, ne. Nein, nein, mit dem Kokos. Ich werde doch nicht mal Katze mit Futter einreiben. Ich bin doch nicht, ich bin doch kein Psychopathic. Ne, äh, sie sollen das Kokos auch, äh, können sie auch einreiben, ja, ähm, aber das ist, da wird das Fell so fettig, ne. Und das sieht dann, das sieht dann nicht schöner aus. Deswegen mach ich das zum Beispiel bei meinem Hund und meiner Katze, dass ich das halt einfach, äh, tröpfchenweise übers Futter gebe, ne. Ja. Dann mische ich das schön und dann essen die das einfach und da ist gut, ne. Und, und damit sind die dann halt schon fertig, ne. Obwohl ich glaube, das ist, das ist sehr gut, das werde ich mal einen Versuch machen. Probieren Sie das, weiß ich mal auch. Aber ich glaube, was, was vielleicht wirklich, wenn wir das Katze mit damit einreiben, wenn bei, wenn das Herbst werden. Das kann man, das kann man auch machen. Dass das, dass das Katze dann, äh, vollkleben mit Blätter, wie ein, äh, wie ein Panzer und dass das Zäcke da auch nicht dran kommen. Ja, okay. Das ist ein sehr guter Plan. Und dann kommt, kommt, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist die Lösung für Umweltverschmutzung. Wir werden das Katze mit Kokosöl einreiben und die das ganze Jack einsammeln, wo die durchlaufen. Ja. Und muss gleich, gleich bei WWF anrufen. Das ist eine sehr gute Idee. Also ich werde sie, ich werde mit Ihnen das Gewinn teilen. Ah, sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott. Dann bin ich gespannt. Wir werden große, große Profit machen. Das letzte, letzte Business, das hat nicht funktionieren, was habe ich probieren, aber das ist sehr gut. Das klingt gut, ne, finde ich auch. Ja, oder? Nein, aber es funktioniert auch noch, das kann ich Ihnen versprechen. Also das ist ja das Positive daran. Das funktioniert, dass dann Sache an das Katze festkleben? Ja, mit Sicherheit. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen gucken, wenn die dann zusammenkleben, dann wird aus zwei Katzen ein große Katzen. Naja, die trennen wir dann wieder, weil sonst haben wir ja dann nicht mehr viele, wo viel dran kleben bleibt, ne? Ja, das ist auch wieder, ja, das ist ein guter Plan. Dann müssen wir, dann müssen wir Deal machen. Ja, so machen wir das. Sollen wir, sollen wir 70-30 machen bei Gewinn? Na, na, komm, also ein bisschen mehr muss schon sein, ja? Oh Gott. Sie können, wir haben so eine Manufaktur, sie können drei Flasche Krabbensaft haben. Ach, sehr gut. Dann, dann pack das oben drauf, dann machen wir das auch. Sehr gut. Aber da besser nicht Katze mit einreiben, sonst Katze immer Kampf machen, weil das denkt, das ist, das andere Katze ist ein Krabben. Genau, ne, machen wir dann auch wirklich nicht. Das kann man nicht machen. Sollen, können Sie mir Adress geben, dann kann ich Sie prober Packung schicken? Sie sind cool. Ja, natürlich, ich hab das hier, vor mir ist das Mixer und ich kann gerade drei Krabben reinlegen. Okay. Und dann müssen wir da ein bisschen Milch und ein bisschen Caipirinha dran machen, ein bisschen Zitronensaft und dann kann man eine Mixung machen. Ach, das ist, das klingt gut. Das klingt sehr gut. Und wir das dann bei Touristen verkaufen. Das klingt sehr gut, das klingt sehr gut. Das ist sehr gut. Das nehmen wir dann für die Vermarktung unseres Kokosöl-Katzen-Projekts, das passt ganz gut zusammen. Der Krabbensaft? Ja, na klar, den nehmen wir dann zum Einstand. Ach so, und wie sollen wir, also wo die Sekt, normal Sekt geben, wenn man kommt bei das, bei das Geschäft drinnen, da werden wir Krabbensaft geben. Dann nehmen wir Krabbensaft, genau. Sehr gut. So machen wir das. Und wie viel, wie viele Litere möchten Sie haben? Ach nein, nicht viel, nur ein Glas machen wir. Ne, für Sie persönlich, wie Vorrat geben. Vorrat geben. Bazar. Ich weiß auch nicht. Also ich trinke ja sowas eigentlich gar nicht. Das ist ja auch für Dusche. Zu Duschung machen. Hm, hm, okay. Und dann die Katzen, die Sie auch sehr mögen. Ach nee. Ach Mensch, die mag mich auch so. Oh, aber andere Katzen. Und kann ich Ihnen denn auch was Gutes tun mit Nahrung für die Zweier? Ja, möchten Sie einen für zwei? Was für zwei? Sie haben doch gesagt für den zwei, aber das sind ja eher 200. Sie haben zwei Hunde. Nein, nicht 200. 200. Das ganze Tier, in was hier rumlaufen. Ja, ja. Okay. Naja, so viel habe ich da nicht. Aber hier sind so viele Katzen. Ich habe das Hunde schon länger nicht gesehen. Die sind wahrscheinlich Unterdrückung. Und jetzt irgendwo bei Stalleben. Ja, okay. Oh mein Gott. Herr Badgati, ich mache Ihnen mal die Probe fertig. Hauptstraße 91 habe ich hier in Baden-Baden. Was möchten Sie machen? Ich möchte die Probe fertig machen. Was ist das? Eine Anschauungsprobe. Also für die Tiere. Ein Futter, Gratisfutter. Was ihr ausprobieren könnt. Was ist das denn? Nein, nur ein reines Naturprodukt. Und viel Fleisch, 70 bis 80 Prozent. Ist das hier Vegetarik-Futter? Das wollen wir nicht haben. Nein, nein. Nein, Tiere mögen doch Fleisch. Das ist Vegan. Ja. Wie wird es immer bei Metzgerung, wenn wir nicht das braten, dann immer noch Fleisch nehmen? Ja, genau. Na, nee, um Gottes Willen, nicht Vegetarik. Um Gottes Willen. Fleisch ist da drin. Na, das ist da drin. Und dann haben sie noch ein bisschen Gemüse und Gartenkräuter, dass es auch noch was schmeckt. Und dann gucken wir mal, ob die uns mögen. Und dann können wir uns ja einfach nochmal wieder. Gartenkräuter. Gartenkräuter. Ja, ist das Hypoallergenik-Futter? Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, wir arbeiten ja nur mit dem Fleisch, mit Gemüse und Gartenkräuter und mehr ist da ja nicht drin. Ja, aber Sie wissen das doch, dass das auf das Tierprotein, das kann man da ein Allergik machen. Ja, okay. Also, da bin ich jetzt ganz ehrlich, da habe ich mich noch nicht richtig damit befasst. Also, äh... Also, äh... Die kann ja, die kann ja nicht erst das Katze hier anlocken und das dann mit Premium-Futter umbringen. Das kann ich ja nicht machen. Nein. Können Sie da noch einmal einen Kontroll machen und dann nochmal Bescheid sagen? Und dann machen wir das so, gell? Ob das Hypoallergenik? Ja, dann frage ich da nochmal nach und dann machen wir das so, gell? Und können Sie dann fragen, ob da ist Pervitin mit drinnen? Ja, ich frage da mal nach, gell? Und wann können wir wieder sprechen? Ähm... In einer halben Stunde. Aha, okay. Das können wir gerne machen. Dann machen wir das so. Sehr gut. Dann ruf ich dann nachher gleich nochmal ein, ja? Und müssen Sie jetzt das Manager fragen? Ja. Können Sie den dann fragen, ob der auch Krabbensaft haben möchte? Ja, mache ich. Drei Eimer? Mache ich. Sonderpreis? Mache ich. Sehr gut, sehr gut. Okay. Auf Wiederhören. Bis gleich, ne? Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.